Hey, Wilkaz! Ich hab dich schon gesucht. Großartig! Noch so ein Ehrgeizling. Ihr denkt, ihr könntet hier einfach so rein spazieren und euch zu uns gesellen? Ja, ich wollte eigentlich nur wissen von dir, warum du dich in Gefährten angeschlossen hast. Wenn man Farkas so zuhört, könnte man meinen, Vater habe uns hier als fröhliche Welpen aufgezogen, die herumtollen und Waden beißen. Ich liebe meinen Bruder ja, aber der Verstand ist nicht seine Stärke. Järgen hat uns hergebracht. Mir ist egal, ob er nun unser Vater war oder nicht. Er ausgesetzt. Er zog in den großen Krieg und kehrte nie zurück. Also ist er jetzt nicht mehr mein Problem. Boah. Aber wir sind jetzt schon so lange hier, wie wir zurückdenken können. Versucht also, etwas Respekt zu zeigen. Muss ich mich jetzt immer schön vor dir verbeugen, wenn ich dich sehe? Gottlard, ich will den Gefährten beitreten. Ein Fremder betritt unsere Halle. Wie die meisten von uns, habe auch ich diese Familie nach dem Verlust meiner eigenen gefunden. Ich habe die äußersten Gebiete dieses Landes bereist und dabei alles gelernt, was es überschwert und Axt zu lernen gibt. Ich war nur ein Junge, doch in meinem Herzen brannte das Feuer eines Mannes und eines Tages holte mein Körper meinen Geist ein. Mein Vorgänger, Askar, fand mich in Hammerfell. Askar! Ich diente dort einem dünnhälsigen Fürsten als Leibwache. Er brachte mich hierher. Und mir wurde klar, dass ich damit in mein wahres Zuhause gekommen war. Ich will dieser Familie Ehre bringen und der Familie, die ich verlor. Meiner Mutter, meinem Vater und meinem Großvater. All meinen Schildgeschwistern. Familie und Ehre. Sie sind die Grundfesten der Gefährtenmädchen. Und Askar, großer Geist des Lichtes. Deswegen stehen noch Kerzen neben dir in Gedenken an Askar. Ich würde gerne ihr Gefährten beitreten. Ach ja? Dann lasst euch einmal ansehen. Jetzt schaut mir die Seele. Ja, vielleicht. Euer Geist zeugt von einer gewissen Stärke. Gebieter, ihr erweckt doch wohl nicht ernsthaft, sie aufzunehmen. Ich bin niemand des Meister Wilkers. Und so viel ich weiß, hatten wir in Jorvaskra ein paar leere Betten für die, in deren Herzen ein Feuer brennt. Verzeiht. Aber vielleicht ist dies nicht der richtige Augenblick. Ich habe noch nie von diesem Fremdling gehört. Manchmal kommen die Berühmten zu uns. Und manchmal kommen Männer und Frauen zu uns, die berühmt sein wollen. Das macht keinen Unterschied. Was zählt, ist ihr Herz. Und ihre Waffen. Ach, wie nett. Naja, wenn ich mir beide Käppe gegen den Säbelzahnzieger angucke, muss ich noch irre viel lernen. Das ist die richtige Einstellung. Wilkers hier wird sich Eurer annehmen. Wilkers bringt sie in den Hof und seht, was sie kann. Ja. 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 Los, Wilkers. Steh auf. Steh auf. Steh auf. Karte von Skyrim. Übe mit Wilkers. Nachdem ich zu schwer belastet bin. Komm. Der wird schon wieder da liegen, wenn ich wieder zurückkomme. Was braucht ihr? Nichts. Jedenfalls nichts von dir. Aber ich bin doch nur eine Dienerin, Schätzchen. Ich kümmere mich um die Krieger von Yorvasker, solange ich zurückdenken kann. Ha, ich gehe durch die andere Tür. Das hast du jetzt nicht erwartet, oder? Ich kann euch nicht bei allem helfen. Ich will deine Hilfe nicht. Ich habe dich nicht mehr gefragt. So. Der Alte hat gesagt, ich solle euch mal in Augenschein nehmen. Dann wollen wir mal. Geht ein paar Mal auf mich los. Damit ich sehe, wie es um eure Form bestellt ist. Keine Angst. Ich werde es verkraften. Bist du dir sicher? Ja. Bei es mir lebt, ihr hier nicht raus. Gut gemacht. Ja. Ein Frischling. Also totgefällig ist, was wir euch sagen. Hier ist mein Schwert. Bringt es zu Eorlund und lasst es bei ihm schärfen. Und passt gut auf. Denn es ist vermutlich mehr wert als ihr. Wie gemeintest du denn? Ja, er hat extra mit Stumpferklingen gegen mich gekämpft. Willkas muss sein Schwert geschliffen bekommen. Dann seid ihr wohl der Neue hier. Ja, wieso? Ich denke, Willkas den Neulingen immer auf Bodengänge. Oh, macht euch deswegen keine Sorgen. Die haben alle mal klein angefangen. Ja. Sie reden bloß nicht gern darüber. Und tut nicht immer einfach alles, was man euch aufträgt. Bei den Gefährten machen wir einander keine Vorschriften. Aber irgendwie musst du ja die Führung übernehmen. Nun, ich weiß nicht wie, aber sie scheinen ohne auszukommen. Es gab seit Iskramur keine Anführer mehr. Kotlak ist der Herold. Er ist eine Art Berater für die ganze Gruppe. Aber jeder Mann kämpft für sich selbst. Und auch jede Frau. Und jedes Hühnchen. Seid ihr auch ein Gefährte? Ich gehöre nicht zu den Gefährten. Aber von denen versteht niemand etwas vom Schmiedehandwerk. Und es ist mir eine Ehre, ihnen zu dienen. Mein Name ist Eorl und Graumene. Ich leite die Himmelsschmiede. Bester Stahl von ganz Himmelsrand. Ach was. Von ganz Tamriel. Tamriel. Von ganz... Ich möchte euch an einen Gefallen bitten. Was denn? Ich habe an einem Schild für Ayela gearbeitet. Aber sie ist doch Bogen. Meine Frau traut und ich sollte jetzt bei ihr sein. Ich wäre euch daher dankbar, wenn ihr diesen Schild für mich zu Ayela bringen könntet. Alles klar. Gut gemacht. Ich bin doch nicht euer Diener. Ich kann ja zumindest ein bisschen Gold einschmelzen. Melzen, das ich schon habe. Und Silber. Kann ich doch da hochziehen? Nee, Gold habe ich ja noch nicht. So, Barung geschmolzen. Was rede ich da? Kann ich, wie ist es jetzt Silber, ne? Die Silber waren schon mal runterschmieden. Es ist dunkel geworden. Alle gehen ins Bett. Um halb zwei. Mein Bruder Wilkaz kann besser reden als ich. Er müsste hier irgendwo sein. Irgendwo? Er sitzt schräg gegenüber von dir an diesem Tisch. Was ist denn nun wieder? Sein Bruder weiß nicht, wo du bist. Na, Ayela. Du bist doch bestimmt in deinem Zimmer. Ich frage es, welches war dein Zimmer? Da bist du ja. Wenn ihr mich jagen wollt, müssen eure Beine schlägt. Ich will dich immer noch nicht jagen. Ach, das war dein Bogen? Sich mit all den Pöbeln hier abzugeben. Ich hab dein Schild. Ah, gut. Darauf habe ich gewartet. Schön zu sehen, dass ihr es hier hinauf geschafft habt. Kennt ihr die? Ich habe sie im Hof mit Wilkaz trainieren sehen. Ah, ja. Ich habe schon gehört, dass ihr ihm eine Tracht Prügel verpasst habt. Yay! Lasst das bloß nicht Wilkaz hören. Wieso? Denkt ihr, ihr könntet es mit Wilkaz in einem echten Kampf aufnehmen? Ich will ihn töten. Nein, nein, nicht auf dem Level. Ah, eine Frau, die ihre Taten für sich sprechen lässt. Ich wusste, dass ihr das gewisse Etwas habt. Hier, Farkaz zeigt euch, wo ihr euch ausruhen könnt. Farkaz! Beifuß! Habt ihr mich gerufen? Nein! Natürlich haben wir das Eishirn. Zeigt diesem Jungblut, wo die anderen Welten schlafen. Ein Neuling? Oh, ich erinnere mich an euch. Kein Hund, kein Hund. Mensch, du müsstest mich mit Küken anreden. Skir und Ayela ziehen mich gerne auf, aber es sind gute Leute. Sie fordern uns zu Bestleistung heraus. Schön, ein neues Gesicht zu sehen. Es wird hier manchmal langweilig. Ich hoffe, ihr bleibt. Das Leben hier kann hart sein. Hier sind die Quartiere. Sucht euch einfach ein Bett aus und legt euch hin, wenn ihr müde seid. Thelma hält alles sauber. Das hat sie schon immer getan. So, da seid ihr also. Die anderen sind schon ganz gespannt auf euch. Sprecht mit mir oder Ayela, wenn ihr arbeiten wollt. Wenn ihr euch einen Namen gemacht habt, könnt ihr Aufträge von Skir und Wilkas erhalten. Viel Glück. Willkommen bei den Gefährten. Viel Dank. Übrigens, wenn ihr nach einer Beschäftigung sucht. Was denn? Wir haben eine Mitteilung von jemandem bekommen, der hier im Fürstentum Weislauf starke Leute braucht. Ich weiß nicht, warum gekämpft wird, aber das geht uns sowieso nichts an. Ihr müsst nur dort rausgehen, hart aussehen und diesen Milchtrinker einschüchtern. Hart aussehen. Und nicht mehr. Niemand soll sterben, verstanden? Okay. Mit einer an, ich soll eine Prügelei anzetteln, um jemanden einzuschüchtern. Los, bringt euch und den Gefährten Ehre. Übrigens, wenn ihr nach einer Beschäftigung sucht. Ja, ja. Schüchtere Fe... Wie soll ich das machen? Nein! Egal. Liegt mein Bogen noch da hinten. Ja, sehr schön. Ich darf doch mal zuerst dein Zimmer unter die Lupe nehmen, ne? Ja, ich soll Feen da verprügeln. Ja, komm doch rein! Keine Lust, oder wie? Nee, anscheinend nicht. Anscheinend, ja. Nicht, es geht wieder los. Och, so ein Stein. Bettlerprinz, Windhelmbriefe. Oh, er steht da vorne. In manchen Nächten träume ich von den Nebeln von Sofengarde. Oh, warum das denn? Wenn ihr so alt wie ich werdet, werdet ihr den Geruch des Blutes vermissen. Merkwürdig, ich weiß. Was ist denn hier so schönes drin, ne? Ist das ein Breitschwert, oder? Nein, es sollte wahrscheinlich eh nicht knacken. Muss ich jetzt eigentlich Feendal einschüchtern? Zwangsläufig? Eigentlich schon mal, dass es jetzt ein aktueller Auftrag ist, richtig? Ein bezahlter Schläger. Eigentlich... Ich gebe euch Deckung. Ihr könnt mich nicht einschüchtern. Also los. Los, zeigt mir, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Ihr hättet nie herkommen sollen. Ja! Was macht ihr noch da? Das kriegt noch ein. Nächster Warn. Ja, auf Expert ist das schon eine ziemliche größere Herausforderung. Eine Prügelei. Aber wir können jetzt zum Glück ein bisschen essen, ne? Warte mal, der im Kamm sich vollstopfen. Hey, ganz ruhig, Kotler. Ganz ruhig. jenigen ist ein phřim leave. damaged. Wir sind mit der Schmesteem in Kamm. We sind ein dick. Hehehe!